Hi und herzlich willkommen zu Part 54, unseres Recht und Unrecht Let's Plays mit Mara und Moritz. Im letzten Part hatten wir einen wohlverdienten Urlaub für Moritz und Bonny und die Kleine natürlich. Es war mal wieder Zeit, dass wir uns nur auf die drei konzentrieren. Die sind so untergegangen dadurch, dass wir auch so viel in dem Leben von Mara mitgemischt haben und so. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube euch auch, zumindest so wie ich das in den Kommentaren entnehme, so witzig und gleichzeitig sehr tragisch, habe ich gelesen, was ihr geschrieben habt. Und zwar, dass Moritz direkt nach dem Techtel-Mächtel mit Bonny einen Burnout hatte. Also nein, das ist überhaupt gar nicht lustig, Leute. Das ist echt, da darf man nicht drüber lachen, wenn jemand einen Burnout hat. In Sims? Wenn es nach dem Techtel-Mächtel passiert? Schon ein bisschen. Ja, fand ich sehr lustig. Musste ich ein bisschen schmunzeln, deswegen musste ich das jetzt mit euch teilen. Ja, ansonsten sind wir immer noch im Urlaub und ich glaube, wir werden den Urlaub aber heute auch beenden und wieder nach Hause reisen. Denn ich habe mir mal wieder was in den Kopf gesetzt und dachte mir so, ja, muss ich umsetzen. Ist ja nicht so, als hätten wir schon genug Stress in diesem Let's Play, als wären es nicht schon genug Personen im Haushalt. Wir werden etwas tun in diesem Part. Vielleicht habt ihr es am Thumbnail schon gesehen. Cool. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß. Und let's go! Ja, da schlafen jetzt erstmal alle. Das ist auch gut so, weil, ne, komm mal auf dein Leben klar. Ach so, sie muss sich noch ein paar Sims vorstellen. Freundin der Welt. Oh je, aber das ist so anstrengend. Das Ding ist, ich würde das wirklich gerne mal machen, Freundin der Welt, aber ich habe da immer einfach keinen Kopf zu. Das ist so anstrengend mit Sims-Freunden. Meine Sims haben ja auch selten Freunde, weil es immer so anstrengend ist. Ähm, aber ich bin ja auch im echten Leben so, dass ich mir denke, es reicht doch, wenn man einen Freund hat oder zwei. Das reicht völlig, Leute. Äh, bezahlst du mal die Rechnung während deiner Midlife-Crisis hier? Ne, warte mal. Der hat kein, ne, ich nehme es zurück, Leute. Der hat kein Burnout bekommen, sondern eine Midlife-Crisis. Das ist dreimal so schlimm. Das ist dreimal lustiger. Das ist viel witziger. Und gleichzeitig auch schlimm. Also Burnout ist ja, wenn man die bearbeitet, dass er eine Midlife-Crisis bekommt. Ist alles okay, boy? Hm, naja, okay. Er möchte gerne einen Whirlpool kaufen und einen Wert von 15.000. Das, ich glaube, Moritz wäre jetzt an einem Punkt in seinem Leben, ist er jetzt angekommen, wo er sich gern ein Fahrzeug holt. Also so ein Ferrari oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt, da ist er gerade. Aber geht jetzt gerade nicht. Geh nochmal, nee, es ist 8 Uhr, 5 Uhr morgens. Ähm, das macht die kleine Mausi. Die ist auch schon wach. Na, dann geh doch mal hoch zu ihr. Come on. Nee, nicht schlafen. Zieh dich mal um und geh mal hoch zu deiner Tochter. Dann kannst du mit der ein bisschen spielen. Was möchte er denn machen? Windeln von Felicity wechseln. Felicity Mouse, hast du eine Windel, eine volle? Der Papa, oh ja, du ziehst da so eine schöne Stinkschwade hinter dir her. Wir haben, nee, 15 Simoleons. Windel wechseln. Geil. Das ist doch mal ein guter Start in den Part. Erstmal die Windel wechseln. Oh Hase, was los? Oh, du hast Hunger, gell? Entschuldigung, ja. So, schön gewechselt. Bist du jetzt glücklich? Du hast das gemacht, Schatz. Spiel mal mit ihr. Und dann können wir ihr vielleicht was beibringen. Du schlägst den jetzt nicht, Felicity. Wow, Leute. Vielleicht ist Felicity so eine, die sich auspowern muss. Wisst ihr? Weil sie wollte gerade das Ding da schlagen. Vielleicht will sie halt sich gerne auspowern und so. Und will deswegen, ähm, schicken wir sie vielleicht früh schon zum Sport. Ich weiß gar nicht, ob es... Gibt es Sportaktivitäten für Kleinkinder? Beziehungsweise für Kinder. Das wäre so cool. Dann könnten wir nämlich vielleicht sagen, dass sie... Nee, Kindertagesstätte. Und dass sie vielleicht deswegen zur Polizei gehen möchte, weil sie auch sehr sportlich ist und sowas. Soziale Aktivitäten? Nee, das ist ja überhaupt nicht Sozialsport. Sport ist Einzelkampf oder so. Boah, ich gehe momentan bouldern, Leute. Das ist so geil. Das ist ähnlich wie Klettern. Es macht nur, dass du halt ungesichert bist und es nicht so hoch ist. Es ist wirklich richtig, richtig toll. Das Einzige, wo ich beim Bouldern Schwierigkeiten habe, ist, dass ich mich manchmal nicht traue, loszulassen, wenn ich schon oben angekommen bin. Ich hänge dann da wie so ein Äffchen und denke mir so, shit, was mache ich jetzt? Ich komme da nicht mehr runter. Und dann krabbele ich mit letzter Kraft wieder diese Steine runter, weil ich so Angst habe, runterzufallen. Ich habe null Höhenangst. Aber dieses Runterspringen, ich habe einfach so Angst, mir wehzutun immer. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe überall blaue Flecken. Also gut, das verheilt jetzt schon wieder. Aber es macht echt viel Spaß. Kann ich euch echt empfehlen. Und das ist cool im Team. Also wenn ihr das... Es kostet halt schon jedes Mal irgendwie elf Euro. Montags kriege ich Studentenrabatt. Ich glaube, dann kostet es nur sieben Euro. Ich spiele direkt die Studentenkarte aus, ohne dass ich einen Ausweis habe, weil ich habe den noch nicht. Aber die glauben mir. So, hallo. Wir wollen uns aufs Spielen konzentrieren. Was ist denn schon wieder mit mir? Ich bin schon wieder in Plauderlaune. Enfi ist wieder arbeiten. Ich bin alleine zu Hause. Ich habe wieder Gesprächsbedarf. Merkt ihr direkt, oder? Kick direkt rein meinen Gesprächs... Ne? Wir wissen schon, diese Dinge. So, Bonnie, wie sieht es denn aus, du kleine Maus? Willst du mal aufstehen? Du möchtest über Mode reden. Dann zieh dir doch mal was an. Du bist Lumpenkritikerin. Ich finde, das ist ein echt cooler Beruf. Geh mal gucken, ob du irgendjemanden auf der Straße anquatschen kannst. Hier ist niemand. Hallo? Doch, hier ist ein jemand. Bleiben Sie bitte mal stehen. Wir müssen jetzt mal... Oh, klettern ist halt auch richtig cool eigentlich, ne? Aber man kann so viel machen. Wenn ihr euch gerne für das Let's Play in Mount Camarabi interessiert, also wenn ihr gerne mal was sehen möchtet über Mount Camarabi. Ich bin gerade mit meiner perfekten Erbe-Challenge dort und wir sind gerade frisch dort hingezogen und unsere Tochter wird auch viel Sport machen, wird viel Klettern, Schlittschuh fahren. Schlittschuh? Schlitten und auch Snowboard und sowas. Und es gibt einiges zu entdecken in Mount Camarabi. Falls ihr das gerne mal anschauen möchtet, das ist auf meinem Insandra-Streams-Kanal und da könnt ihr super gerne mal vorbeischauen. Wir sind mitten in der dritten Generation jetzt, aber wenn ihr neu reinschaut, ich versuche auch immer am Anfang von den Parts nochmal ein bisschen rein zu erklären in die Geschichte, dass ihr gut reinkommt. Und es gibt auch einen Stammbaum, das heißt, ihr könnt es gut nachvollziehen, wo wir gerade stehen und auch gut mittendrin einsteigen. Da bin ich mir sicher. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und mir vielleicht auch einen Kommentar da lasst. Okay, gut. Jetzt geht's weiter. Kannst du ihn mal voll labern? Den Kyushishi. Äh, wo willst denn du hin? Hast du... Das ist ähnlich wie beim Bouldern, aber ich finde, du solltest... Oh, stopp mal, bleiben Sie bitte. Du solltest dich trotzdem ausrüsten, weil das ist mir doch ein bisschen hoch hier. Das ist mir zu hoch für ihn. Outfit. Äh, Miss, Sie können auch gleich stehen bleiben, wir reden auch gleich kurz. Ähm, bleiben Sie? Ach, ist eine Teenagerin. Junge Dame, bleiben Sie bitte stehen. Okay, er bringt ihr Sprechen bei. Wobei ich glaube, dass ich eher möchte, dass da Felicity etwas sport... Ah ja, sie hat Bewegung auf 5, ey. Pff, Musterkind. Das ist ja ein Vampir. Äh, geh mal schnell weg von dem. Also nix gegen Vampire, Leute. Aber... Ableben durch Erfrieren. Bonnie, weißt du, was ich meine? Dann zieh dir halt was Warmes an, wenn du vor die Tür gehst. Es ist doch selber schuld, Mensch. Ja, du kannst ihn mal ansprechen. Marvin kommt gerade wieder runter. Marvin! Oh, wir können hier diese Figur fragen. Selfie machen. Sieht aber auch sehr unangenehm aus, die Frau. So, als wäre sie stinkesauer. Die ist stinkesauer, ey. Okay, wir haben jetzt ein Selfie mit ihm gemacht. Können wir diese... Guck mal, da ist die Teenagerin wieder. Sag ihr lieber Hallo. Mit Howdy vorstellen, weil wir kommen ja aus Chestnut aktuell. Bleib doch bitte stehen. Okay, dann nehmen wir sie halt. Oh, die kennen wir doch sogar. Sie müsste eigentlich viel älter sein. Ja, wir haben einen Meilenstein erreicht. Hey, ich möchte mit dir über Outfits... Oh, schade. Na gut. Dann stell dich doch nochmal bei der Teenagerin vor. Geht es jetzt nicht oder was? Warum? Hallo? Okay, Teenagerin möchte nicht mit uns reden. Die denkt sich so, gehen Sie bitte weg. Haben wir eine Sprachbarriere mit der Lady? Habe ich das nicht deaktiviert mit allen? Oh Mann, Leute. Sprachbarriere für Bonnie deaktivieren. Outfit wechseln? Outfit reden? Nein? Okay, cool. Ne, ich wollte auch überhaupt nicht über Outfits reden. Wir wollten mit dieser, nämlich mit diesem Mann über Outfits reden. Das war mir wichtig. Da habe ich mir gedacht, mit dem will ich unbedingt mal über Outfits reden. Ja, guten Tag. Hallo. Ich bin Bonnie. Ich wollte mal ganz kurz fragen, weil sie haben da so einen echt interessanten Pullover an. Wo ist der denn her? Okay, du kannst wieder zurück. Wie geht es unserer Kleinen? Was macht sie? Mh, das sieht ja lecker aus. So, dann gehen wir auch nach Hause bald und werden auch mal mit der kleinen Daniela ein bisschen abhängen. Ich fand es jetzt wichtig, dass wir hier mal ein bisschen mit Felicity abhängen, damit wir auch die Beziehung mit ihr komplett auf Max kriegen. Weil, ja, wir haben einfach gar nicht so viel mit ihr bisher. Ja, bei ihr geht es. Aber bei Moritz war es nicht so hoch. Deswegen war es mir jetzt wichtig, dass die beiden Oma ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Was habt ihr gemacht, ihr beiden? Oh, wir haben den ganzen Vormittag gespielt miteinander. Das war richtig lustig gewesen. Warte mal, vielleicht kann... Oh, ich muss Mama noch und Papa noch ins Jenseits entlassen. Oh je, oh je. Können wir mal... Ah, das geht gar nicht. Wir können nicht nach der Kleinen fragen. Okay, macht nix. Oh, du Mausebärchen. Du bist so süß. Und das Familienfoto können wir dann auch aufhängen. Was hast du gemacht? Oh, ich bin ein bisschen rumgeschlendert. Mir ist echt ein bisschen langweilig. Oh, wollen wir abreisen? Ja, so langsam. Ich vermisse es irgendwie zu Hause. Und... Ach, ja. Nee, ich würde jetzt auch gern bald wieder arbeiten. Es war echt toll hier im Urlaub. Aber ich brauche unbedingt jetzt wieder Arbeit. Ich habe einfach total Bock, jetzt wieder reinzuhasseln. Ich habe richtig Energie getankt im Urlaub. Ja, das ist super. Total. Ja, natürlich. Sich frisch machen. Überprüfe dich selbst. Geschichten erzählen. Üben. Flirtlaune. Mach mal das doch. Oh, es läuft toll zwischen den beiden. Felicity ist auch so ein kleiner Schatz. Ich freue mich so, Leute, dass sie uns entschieden haben. Ich meine, ja, es wäre auch cool gewesen, mit Moritz weiterzuspielen. Aber wir haben ja jetzt im Amazing Life zwei Jungs, mit denen wir definitiv weiterspielen. Das steht ja fest. Aber ich habe so Bock einfach, mit Felicity in die Polizeikarriere zu gehen. Ich bin so ready dafür. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nachdem Bonnie den Spieglein... Was? Sie findet sich selbst unattraktiv. Bonnie, du bist eine Granate. Bitte empfinde dich auch schön. Du bist wunderschön. Mausi. Vielleicht sollte Felicity mal einen Mittagsschlaf machen und dein Mann sollte sich mal um dich kümmern. Vielleicht hilft es deinem Selbstbewusstsein ein bisschen süß. Guck mal. Sie ist Papas Kind. Es ist so süß. Also ich möchte es auf maximal schaffen mit den beiden. Ich finde das so toll, dass die sich jetzt so gut verstehen. Und er ist so ein richtiger Vollblut-Dad geworden. Der hat nie gedacht, dass er das schaffen wird, ein guter Vater zu sein. Und jetzt schaut ihn euch an. Er ist so ein guter Papa geworden. Und ich glaube auch, dass Bonnie immer... Dass Felicity immer erst zu ihrem Papa gehen würde und dann zur Mama. Obwohl ja natürlich Bonnie auch eine sehr gute Mom ist, ne? Aber ich glaube, dass die beiden so eine ganz besondere Verbindung miteinander haben. Hey, jetzt machst du ein Minus hier. Was ist denn da los? Bring sie mal... Lies ihr mal was vor und bring sie mal ins Bett. Damit wir ein bisschen Zweisamkeit noch haben können. Bonnie, vielleicht gehst du jetzt nicht Snowboard fahren. Nicht, dass du in den Tod stürzt da oben, während wir nicht dabei sind. Felicity, Schatz. Draußen ist viel zu kalt. Komm mal mit. Ich bring dich mal nach oben. Papa, schlafi. Ja, komm, ich lese dich mal in den Schlaf. Dann kannst du noch eine Geschichte von mir hören. Und dann geht... What? Mitten in der Midlife-Crisis hat... Ach so. Dass Programmieren sein Ding ist. Und er möchte mehr Zeit darauf verwenden. Es ist jetzt eine Vorliebe von ihm geworden. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen... Ja, Programmieren ist jetzt eine Vorliebe. Ich meine, wir haben ihn ja bewusst in diese Agent-Sache reingedrückt sozusagen. Aber vielleicht will er kein Agent sein, Leute. Vielleicht will er Programmierer werden. Vielleicht ist das echt der Moment, wo Moritz sich komplett neu erfinden möchte. Schreibt mir doch dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ob ihr denkt, dass Moritz vielleicht wirklich eine komplett andere Karriere einschlagen möchte. Ich meine, hier hat er jetzt den Wunsch, die Business-Karriere zu erreichen. Wobei, das kann man noch ein bisschen ignorieren. Aber vielleicht möchte er Programmierer werden. Vielleicht ist das das, was ihn aus dieser Midlife-Crisis reißt. Dass er wirklich was ganz Neues macht. Könnte ich mir auch vorstellen. Programmieren. Vielleicht will er neue Fähigkeiten lernen. Schreibt mir das gerne. Ich wäre ready dafür. Ich könnte es mir gut vorstellen bei ihm. Bonny, kommst du mal... Genau, du willst eh in die Sauna. Perfekt, komm mal hierher. Hey Schatz, du siehst total durchgefroren aus. Ja, ich war draußen und mir ist super kalt. Du siehst sehr gut aus in deiner Ski-Uniform. Findest du? Ja, total. Und naja, ich habe gerade Felicity ins Bett gelegt. Oh, okay. Vielleicht können wir noch, bevor wir fahren, ein bisschen, naja, uns ein bisschen vergnügen. Vergnügen, also... Ja, findest du nicht? Das wäre doch eine gute Idee. Naja, ähm, ich stelle mir da schon was Schönes vor. Doch, doch. Er möchte mit ihr Händchen halten. Kein Problem. Ich kümmere mich. Vielleicht sollten wir in die Sauna gehen. Ich bin super gestresst, durchgefroren. Ich komme gern dazu. Okay, gut, dann komm. Gut, komm, rein mit dir. Oh, ihr Blutdruck macht ihr... Oh, oh nein, oh, ah nein. Uh, ah, uh, äh, ei, was soll's. Wir verlängern drei Minuten, nur damit wir noch Liebe machen können. Es sind Prioritäten, Leute. Es sind Prioritäten, die wir ersetzen in diesem Let's Play. So, erst wird gehitzt hier und dann wird, ähm, geliebt. Und dann kümmerst du dich um deinen Blutdruck. Was soll sie denn tun, wenn sie hohen Blutdruck hat? Ich weiß es wieder nicht mehr. Ich habe vergessen, was man tun muss bei hohem Blutdruck. Ich habe selbst Blutdruck. Ach, Medikamente nehmen. Ja. Ach so, da fällt mir ein. Blutdrucksenker soll sie nehmen. Ja. Schön war's. Super Sache. Du möchtest dich immer noch ein bisschen entspannen. Das war echt schön, Schatz. Und ich, ähm, glaube, wenn wir nachher... Oh, wow, wow. Okay, wir wurden einfach befördert. Gut. Äh, während dem Urlaub. Ja, kann man machen, Leute. Ich werde auch oft im Urlaub befördert. Das ist einfach... Ihr nicht? Also, sorry. Man macht Urlaub und dann erst mal ruft der Chef an so, hey, du hast so eine geile Arbeitsleistung, so eine gute Arbeitsmoral. Und weil du heute Urlaub hast, wollte ich dir Bescheid sagen. Du bist befördert worden. Ja, vielleicht sollten wir die Karriere wechseln. Das ist ein dubioser Arbeitgeber. So, der verhält sich ganz komisch. Okay, sie, ähm, hat noch zwei Stunden dieses unangenehme Gefühl. Äh, mag sie vielleicht nochmal? Nee, mag sie nicht. Ja, dann werde ich jetzt den Urlaub beenden und ich freue mich drauf, dass wir wieder nach Hause gehen. Waui, schnell, schnell. Wir sind zu Hause. Ja. Und jetzt möchte ich Daniela sehen. Hallo, Mausi. Na? Alles gut bei dir? Oh, sie möchte freundlich sein zu Mara. Mara, geh mal zu ihr. Was ist denn los, Florian? Ach, Daniela hat alles kaputt gemacht. Was hat sie denn kaputt gemacht? Mein Puppenhaus. Das glaube ich nicht. Doch, Mama, sie hat es kaputt gemacht. Ich habe es genau gesehen. Florian, das ist nicht nett von dir. Du lügst nämlich. Ich weiß es. Aber die Mama weiß es nicht. Ich, ich finde es nicht okay, dass sie alles kaputt macht. Das war bestimmt keine Absicht, Flo. Doch, doch. Ich weiß es genau, dass es Absicht war. Sie ist böse, Mama. Sie ist so böse. Das, das stimmt nicht, Schatz. Sie ist doch nicht böse. Geh mal bitte und mach deine Hausaufgaben. Mann, du glaubst mir gar nicht. Jetzt hast du sie mehr lieb als mich. Das würde ich nie. Ich habe euch alle gleich lieb. Sei mal schön freundlich zu Mara. Oh, schön. Oh, jetzt ist Möfi eingestockt. Ich wollte Möfi gerade knuddeln gehen. Wie war euer Urlaub? Ach, gut. Ja, das klingt nicht so toll. Ach doch, alles gut. Es ist nur so, dass... Ah, wir müssen Bonnie vielleicht noch altern, ne? Es ist nur so, dass... Es ist so stressig. Und Moritz, der fühlt sich momentan einfach nicht so... Oh nein, was ist denn los mit ihm? Ist er krank? Nein, er ist nicht krank. Er ist... Warte mal, ihr habt irgendwie gesagt... Ach, das Bild war nicht auf der richtigen Reihenfolge. Ja, True, ihr habt recht. Jetzt weiß ich es. Das wollte ich im letzten Part schon ändern. Nein, Entschuldigung. Er... Ich rede einfach weiter. Er war... Ich glaube, er steckt in sowas wie einer Midlife-Kram. Prices oder so. Oh, okay. Was können wir dagegen tun? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er gestresst ist. Und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Hm, ja. Soll ich mal mit ihm reden? Ja, Mara, red du doch mal mit ihm. Vielleicht hilft es. Okay, ja. Ich spreche mal mit ihm. Jetzt muss ich aber erst mal nach den Jungs schauen. Die machen gerade ihre Hausaufgaben. Ja, okay. So, dann helfen wir ihnen mal. Mami, kannst du mir helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ich... Na klar, zeig mal, Felix. Was musst du denn machen? Mach doch mal die Musik aus. Ihr könnt euch gar nicht konzentrieren. Mama, ich kann mich viel besser konzentrieren, wenn die Musik auf laut ist. Florian, ich glaube, das ist besser, wenn die Musik ein bisschen leiser ist. Ah, wo ist eigentlich Finn? Der macht draußen seine Hausaufgabe auf der Schaukel. Oh, okay. Wessen Schulprojekt steht da draußen eigentlich? Du hast eins. Oh, die Twins, glaube ich. Fang doch schon mal mit euren Schulprojekten an. Ja, ich komme dann gleich raus und helfe euch. Oh, das ist lieb, Schatz. Ja, ja, klar. Ich muss später noch mal, beziehungsweise morgen früh, ganz früh noch mal los. Ja? Ja, ich habe was zu erledigen. Oh, okay, klar. Und Felix, du... Wir treffen uns morgen, wenn du von der Schule kommst, am Reithof, ja? Äh, okay, Mami, warum? Ah, wir wollten doch noch mal gucken wegen dem Reiten. Oh, okay, cool, Mami, ich freue mich so. Ja, das machen wir. Oh, süß, schaut mal. Oh, nee, warte mal, Felix, bevor du dein Schulprojekt machst, geh bitte noch mal pieseln. Du scheinst mir sehr dringend zu müssen, wild abknödeln. Und dann kannst du dein Schulprojekt... Nicht schlampig arbeiten, bitte mach gescheit. So, Florian. Ah, nee, das ist dein Schulprojekt. Der Papa kommt jetzt mal und hilft dir. So, Felicity, du musst mal in die Wanne. Das macht die Mama hoffentlich. Gebadet werden von Bonny. Und du... Ich glaube, da bringt dich Mara mal ins Bett hoch und liest ja noch eine Geschichte vor. Es ist ja auch schon 21 Uhr. So süß einfach. Felix, wenn ich Daniela ins Bett gebracht habe, komme ich auch noch mal raus und helfe dir bei deinem Schulprojekt. Danke, Mami. Okay, ja, ist schon ganz schön spät. Die Kids hätten echt früher anfangen müssen. Aber es ist cool, dass beide auch Fähigkeiten aufbauen, ne? Auch der Vater, das macht echt Spaß. Also, das finde ich schön zu sehen, dass es für beide Parteien dann auch hilft, so. Ihr wisst schon. Das Geschenk war für dich, sei dankbar. Das beeinflusst die Manieren, das ist nicht schlecht. War Felicity jetzt in der... Oh, du musst mal die ganzen Puppen... Wer zerstört denn immer alle Puppenhäuser hier, sag mal? So, dann gehst du noch mal von Bonnie bitte dir was zu essen geben lassen. Mausi, ich habe dich frei ins Bett gebracht eigentlich, ne? Ja, dann vielleicht spielst du noch mal Klötzchen. Es gibt keine Klötzchen hier oben, ne? Oh Gott, der ist schon wieder sauer, weil sein Puppenhaus nicht mehr läuft. Geh mal schlafen. Ah, guck mal. Da unten ist jetzt das Puppenhaus fertig. Dann versuch du doch mal, Daniela beizubringen, aufs Töpfchen zu gehen. Weil wir haben ja immer noch die Angst, dass Jonas sich nicht so anfreunden kann mit einem neuen Kind sozusagen. Oh, er mag albernes Verhalten. Super toll. Und deswegen müssen wir natürlich dran arbeiten, dass sie sich gut verstehen und dass das einfach läuft mit den Kindern. No way, er kann auch bei dem... Man kann es zu dritt machen? Nicht im Ernst, Leute. Das ist ja wundervoll, das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, ich habe es immer nur maximal zu zweit gemacht. Danke für deine Hilfe, Finn. Ja, gerne, aber sag es nicht, Florian. Wieso soll er es nicht sagen? Es ist doch schön, dass ihr euch helft gegenseitig. Nein, Florian und ich, wir sollen nicht so nett sein zu Felix. Was? Naja, Florian ist so ein bisschen... Der ist beleidigt. Warum ist er beleidigt? Naja, weil jetzt Daniela da ist und Felix versteht sich so gut mit ihr. Und Daniela und er, also Florian und Daniela mögen sich nicht so sehr. Och, das ist so schade. Ihr müsst euch doch zusammenraufen. Ihr seid doch Geschwister. Sie ist nicht unsere Schwester. Natürlich ist sie unsere Schwester. Ja, sie ist jetzt... Sie gehört zur Familie. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich muss jetzt eh schlafen, Mom. Bitte versucht, euch zu versöhnen. Das kann doch nicht sein, dass ihr euch so gut... So, so, so... Nicht gut versteht. Ja, schon okay, Mom. Wir gucken mal. Red doch bitte mal mit Florian. Ja, mal gucken. Danke, Felix, dass du, dass du, ähm, ne, dich um Daniela kümmerst. Ja, klar, Mom. Sie ist meine kleine Schwester. Ich werde sie immer beschützen müssen. Das ist gut. Aber ich hoffe natürlich, dass deine Brüder auch irgendwann ein bisschen mehr mit deiner Schwester machen wollen. Mit eurer Schwester. Ja, Mom. Das wird schon werden. Ich meine, es ist alles noch so neu für sie, weißt du? Und Florian ist so ein kleiner Raufbold. Der ist so frech immer. Ist der auch in der Schule so? Ja, der ist in der Schule ganz böse zu den anderen. Mann. Oh je, oh je. Na, da muss ich mich wohl mal mit ihm unterhalten. Das musst du, Mami. Okay, aber jetzt ab ins Bett mit dir, Schatz. Es ist super spät. Wir treffen uns morgen nach der Schule, okay? Ich freue mich schon so, Mom. Ich bin so gespannt. Okay, dann ab ins Bett jetzt. So, wir gehen mal schlafen. Jonas versucht ihr gerade noch das Pieseln beizubringen. Und dann gehen wir auch alle ins Bett. Sehr gut. Oh, das läuft doch wie am Schnürchen, Leute. Ich habe die Familie voll im Griff. Easy Street. Easy Street. Was? Felicitis Geburtstag? Jetzt chill mal bitte. Wir wollten noch, dass sie gleich alt sind. Nie. Wir warten noch ein bisschen mit Felicitis Geburtstag. Ich mache Felicity noch mal ein bisschen jünger, weil ich gerne möchte, dass sie noch nicht Geburtstag hat. Ich möchte das gerne im nächsten Part. Wir können gerne im nächsten Part Felicitis Geburtstag feiern, dass sie schon zum Kind wird und dass wir Daniela dann nachziehen sozusagen. Aber ich möchte schon, dass sie ungefähr gleich alt sind, die beiden. Oh, wir haben gar keine Monsterlampe für Daniela, sehe ich gerade. Oh je. Sollten wir dann vielleicht noch machen, ne? Oh nein, wir haben die Matratzen für die Kinder gar nicht verbessert. Oder nicht mehr vielleicht. Vielleicht ist es zurückgegangen. Mach das mal bitte, Mara. Moritz, was geht bei dir für ein Film? Ah, du warst pieseln. Okay. Guck mal, kannst du das mal hier auf? Das ist nicht deine Art, ne? Zu wischen. Guck mal, Felicity ist auch schon wach? Dann kannst du ihr schon mal was zu... Oh, guck mal, spiel mal erst mal mit Murphy. Na, mein alter Junge, geht's dir gut? Du hast Hunger, gell? Ich geb dir mal was. Na, alles in Ordnung bei dir? Oh, der ist schon alt geworden jetzt, gell? Boah, ob du mal deine Zimperlichkeit in den Griff bekommen willst. Girl, ey, ich ertrag die bald nicht mehr. Geh mal kalt duschen. Echt mal gucken, ob ich das mit ihr in den Griff bekomme, ne? Ja, eigentlich hätte ich gern wieder, dass Finn mitgekocht hätte. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Möchtest du mal kurz Liebe machen? Ne, das Kind schläft da, ne? Mach das bitte nicht. Geh einfach mal hier runter. Und dann kannst du Frühstück kochen. Murphy, ich hab dir doch grad Fresschen gegeben. Oh Murphy, du musst so keine Angst vor dem Kühlschrank haben. Bei der Spülmaschine, ne? So, dann müssen wir mal den Staubsauger anschalten. Oh, die Jungs müssen jetzt auch mal aufstehen, ne? Oh Mann, der ist schon wieder sauer. Mara nimmt ihren letzten Urlaubstag. Ich glaub, dann hat sie keinen mehr. Florian, möchtest du mal Daniela wecken? Ne, Mom. Wieso denn nicht? Du kannst sie doch kurz wecken. Sie ist schon wach. Okay. Dann möchtest du sie runterrufen? Daniela! Er schreit jetzt halt, ne? Komm runter, Essen! Ach so, so hätte ich es auch machen können. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Weil ich gerne gewollt hätte, dass du sie holst. Ne, weiß ich jetzt nicht, Mom. Hallo! Oh, hallo Daniela! Na, was machst du hier? Hühnerwitz machen. Oh, süß. Guck. Oh, nicht süß? Bisschen süß. Was hatte Moritz vorhin für ein Dings? Raumfahrttechnik interessiert ihn jetzt. Okay. Ich würde sagen, dass Florian vielleicht in der Schule auch ein bisschen faulenzt. Er ist Einserschüler. Krass. So, Daniela möchte bitte auch was essen, Mara. Beziehungsweise, sie kann auch das hier essen, ne? Ich teleportiere sie mal kurz runter, weil sie kann doch nicht laufen. Also, keine Treppen laufen zumindest. Und Mara rallt es gerade nicht. Oh, ein Test steht an und Finn ist sehr nervös. Sein Kopf ist total leer. Abschreiben vom Nachbarn würde auch nicht helfen, da der selbst schlechte Noten hat. Was soll er tun? Eine Krankheit vortäuschen oder einfach tief durchatmen? Ich glaube, Finn ist einer, der würde tief durchatmen. Florian hätte jetzt eine Krankheit vorgetäuscht, glaube ich. Oh, wir haben ein paar Tendien bekommen. Okay. Was denn? Ne, da gehe ich jetzt nicht dran. Das ist bestimmt ein ärgerndes Telefonat. Ah, ne, Florian. Oh, Florian. Florian hat den anderen Schüler außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Mhm. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Und die haben jetzt Moritz angerufen, weil Mara ja gerade im Gespräch war und nicht drangehen konnte. Kreativität soll gefördert werden. So, Bonny soll mal fleißig arbeiten. Und ich lasse Moritz mal die Arbeit ruhig angehen, damit er mal ein bisschen weniger Stress hat. Die Mädels lasse ich jetzt mal ein bisschen miteinander interagieren. Ich möchte echt gern, dass sie Freundinnen werden. Ich weiß, ein paar von euch haben auch gesagt, dass es cool wäre, wenn sie halt richtig Rivalinnen werden. Aber ich sehe das wirklich gar nicht. Ich habe, ich brauche irgendwie in diesem Let's Play mehr Loveness und Happiness, weil das ist so mein Wohlfühl-Let's Play. Und ich glaube, vielen von euch geht das eben auch so. Und ich finde das halt gerade so schön, dass zum Beispiel die beiden dann füreinander da sind. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es mir immer schwer fällt, Freundschaften zu pflegen in Sims. Und ich glaube, hier wäre es halt cool, wenn Felicity zur Polizei geht, dass sie dann aber jemanden hat, der sie vielleicht sogar begleitet. Oder dass sie halt eben jemanden hat, mit dem sie sich einfach richtig, richtig, richtig gut versteht, auf die sie sich halt immer verlassen kann so. Und das würde ich mir wünschen, dass es halt Daniela ist. Dass die beiden halt einfach super gute Freundinnen werden. Oh, was machen wir denn hier? Ich habe dich erwischt, Mara. Liam ruft an. Na klar, da kannst du mal ein bisschen telefonieren. Wie läuft es eigentlich bei Jonas auf der Arbeit? Oh je, meine, naja. Geht so, ne? Arbeite mal ein bisschen fleißig. Ich hoffe, dass Bonny jetzt befördert wird, dass sie mal ein anderes Karriere-Outfit kriegt. Ich kann es mir nicht mehr angucken, ne? Oh, die Mädels sind gute Freundinnen geworden. Süß. Vielleicht wollen die Jungs ja Caroline einladen. Das fände ich schön. Weil da haben wir ja auch noch was zu tun. Während die Mädels spielen, Mara hat die ganze Zeit geguckt, dass es ihnen gut geht. Kannst du ja auch eine Runde joggen gehen, wenn du magst. Dann kommen die Jungs auch schon von der Schule. Ja, Felix lädt Caroline ein. Perfekt. Aber Felix, wir müssen los. Aber wir können Caroline mitnehmen. Oh, Caroline, du bist ja auch da. Willst du, also ich tue jetzt mal so, als würde Mara daneben stehen und mit ihr reden. Möchtest du mitkommen? Oh, wohin denn? Wir wollen, ähm, naja, wir wollen gerne, ich möchte gerne mit Felix wohin. Oh, okay. Ja, können wir machen. Okay, das ist doch super. Oh mein Gott, Leute. Vielleicht wird Florian so ein richtig böser Wolf. Weil Felix sehe ich nicht als Wolf. Der ist so sensibel, so süß, so lieb. Aber vielleicht wird ja, wir haben ja auch die ganze Zeit gesagt, wir machen das weg bei ihm. Vielleicht wird ja aber Florian, vielleicht driftet der so ab. So das schwarze Schaf der Familie, wisst ihr? Also, ich gerade eben noch so, ich möchte gerne happy love, let's play. Und jetzt sage ich, schwarze Schaf der Familie driftet up, wird böse. Aber hey, das würde passen, oder? Ich fände es irgendwie spannend. Weil sein Opa war ja auch kein besonders, also sein Urgroßvater war ja auch kein besonders guter Wolf. Oh, vielleicht haben wir einen bösen Werwolf in der Familie. Das wäre schon crazy cool. Okay, gehen wir jetzt? Okay, dann packt eure Sachen und dann können wir direkt los. Äh, wir gehen direkt los. Und wir nehmen Caroline mit. Wo ist sie? Caroline, komm schon mit. Caroline, Caroline. Caroline, da ist sie. Okay, Mami, und soll ich jetzt hier reiten lernen oder was machen wir? Ich glaube, ich habe Angst vor Pferden. Ehrlich? Aber hast du nicht letztens auch das Pferd gestreichelt von Felix? Also, als wir das Pferd zu Besuch hatten? Ja, schon, aber die sind so groß. Ich glaube, ich mag sie nicht so gerne. Vielleicht eher ein Pony? Oh, okay. Sorry, ich wusste nicht, sonst hätte ich dich nicht mitgenommen, Caroline. Nein, schon okay. Wenn sie mehr auf Abstand bleiben, würde es gehen. Aber es ist okay, wenn Pferde da sind. Aber ich muss sie nicht streicheln oder so, oder? Nein, nur wenn du das möchtest. Ich kann dir, dass du die Angst verlierst machen. Wie denn? Naja, wir können zusammen streicheln mit den Pferden. Und ich glaube, wenn wir ganz viel Zeit da mit einem Pferd verbringen, dann hast du nicht mehr so doll Angst. Meinst du, Felix? Ja, ich glaube schon. Ich habe ja auch keine Angst. Okay, ja, wir gucken mal. Also Schatz, wir sind heute hier, weil, naja, ich sehe, wie sehr du die Leidenschaft hast. Wie gerne du Pferde hast. Und dein Vater und ich, wir haben lange diskutiert. Und er wollte, dass ich dir ausrichte, dass er dafür war und ich nicht. Was für, Mama? Naja, wir haben uns darüber unterhalten, wie es wohl wäre, wenn wir ein eigenes Pferd hätten. Aha. Und ich war nicht so dafür, weil, naja, ich wünsche dir wirklich, ich will alles für dich, mein Schatz. Ich will, dass du alles hast, was du bekommst. Allerdings ist ein Pferd sehr viel Verantwortung und wir haben, naja, Platz haben wir, aber... Dein Vater hat mich überredet, dass du heute ein Pferd bekommst. Was? Mami, was? Wie, ein Pferd? Nein, ich? Für mich alleine? Ein Pferd? Oh mein Gott, Caroline, hast du das gehört? Ich kriege ein Pferd. Ja, wir wollen mal schauen, ob wir ein Pferd finden, das vielleicht Hilfe braucht. Also, ich habe gesagt, dass wir nur ein Pferd adoptieren, wenn es ein Pferd ist, das eben eine Familie sucht. Ich möchte keine Zuchtpferde, ich möchte niemanden irgendwie ein Pferd abkaufen, das nur gezüchtet wurde. Ich möchte ein Tier aus einer vielleicht schlechten Haltung retten oder ein Tier, das, ja, schon zu alt ist. Ich möchte auf jeden Fall ein Tier aus der Tierrettung holen. Oh Mami, das ist so toll, das möchte ich auch. Das ist so schön, aber ich habe Angst vor Pferden. Nein, Caroline, hast du nicht. Jetzt, ich muss jetzt gucken, wie der Mama ein Pferd haben will. Okay, dann schauen wir doch mal, welches Pferd wir retten könnten, okay? Lass uns mal reingehen und wir gucken mal, wer da so, naja, in Frage kommen würde, Schatz. Okay, Mami, wir schauen mal. So Leute, es ist soweit. Ich kann nicht anders. Es ist soweit. Oh mein Gott, das ist ein Hengst-Fohlen. Sasa Parilla, ja, also gar kein schwerer Name. Nobles Angel, da sind voll viele Fohlen. Oh, guck mal, hat der ein, ist das von meinem Shader? Ah, ich dachte gerade, weil da ist so ein Zeichen, ich dachte, das wäre ein Riss, dass er vielleicht eine Narbe hat. Gibt es sowas? Ja, ich meine, ich traue mich jetzt aber auch nicht, so einen Hengst zu nehmen, der dann vielleicht auch aggressiv ist. Liebesbedürftig, ängstlich und trotzig. Okay, das wäre schon süß, ne? Krümel. Ich meine, ein Fohlen wäre natürlich auch toll, weil unser Kind ist ja auch noch klein. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mich für Krümel entscheiden, weil Krümel ängstlich ist, liebesbedürftig. Und ich glaube, das passt einfach so gut und trotzig vielleicht auch, weil vielleicht Krümel auch schon viel Ablehnung erfahren hat und so. Ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung, meine lieben, Krümel zu uns zu holen. Oh Gott, jetzt ist unsere Leiste ganz klein. Oh je, ich bin so gespannt, wo ist Krümel? Krümel, wo bist du? Oh, er ist so süß, Leute. Gucken mal, look at this beautiful Pferd. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Feini. Ruf mal Krümel zu dir und dann stell dich mal vor. Wow. Hallo Krümel. Oh, er ist so süß. Und hier kann er auch aufsteigen und reiten lernen, Leute. Das ist so toll. Oh Mann. Und während sie sich jetzt hier gerade noch so ein bisschen kennenlernen und so, werden wir noch mal ganz kurz nach Hause gehen. Und Jonas wird den Rest der Familie vorbereiten. Bonny und Moritz wissen auch schon Bescheid, dass ein Pferd einziehen wird. Das haben die jetzt schon geklärt. Aber Moritz, beziehungsweise Jonas wird das jetzt noch den Jungs erzählen. Weil die sind ja immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass wir... Also ich habe für die Jungs auch was geplant, damit sie nicht leer ausgehen. Weil ich glaube, das ist schon... Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Pferd, was ich den Kindern, also den Jungs jetzt schenken werde. Aber die kriegen auch was, damit sie nicht ganz so lost sind. Jungs, kommt ihr mal raus. Was ist denn, Dad? Komm mal raus. Ja? Ähm, Dad, was ist das? Ähm, hört mir bitte erst mal zu, bevor ihr... Na? Und zwar... Mom ist doch gerade mit Felix weg. Dieser Kackhaufen. Ja? Und jetzt? Erzähl schnell, Dad. Ich muss wissen, was das ist. Naja, auf jeden Fall wird Mom und Felix und Caroline, die kommen jetzt gleich nach Hause und sind aber nicht alleine. Oh nein, Dad, sagt mir nicht, dass ihr noch ein Kind adoptiert habt. Ich will das nicht mehr. Nein, Florian, wir haben kein weiteres Kind adoptiert. Oh Gott sei Dank. Leute. Ähm, wir haben aber trotzdem Familienzuwachs. Und zwar hat Mom und ich, wir haben entschieden, dass wir ein Pferd bei uns aufnehmen. Ein Pferd? Oh, gar keinen Bock auf Pferde. Die stinken so. Naja, Florian, so doll stinken die jetzt auch wieder nicht. Okay, Dad, cool. Aber was ist jetzt hinter dir? Was ist da drin? Ja, ihr sollt ja auch nicht leer ausgehen. Deswegen haben Mom und ich euch auch was Kleines gekauft. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist natürlich kein Pferd. Ich will auch gar kein Pferd. Es ist was anderes. Und jetzt kriegen die Jungs Fahrräder. Tatsächlich. Als kleines, ihr kriegt trotzdem was. Als bevorzugtes Fahrrad festlegen. Und du nimmst dieses Fahrrad. Und dann sind die Jungs glücklich. Oh mein Gott, das Fahrrad ist so cool. Komm, wir fahren direkt. Okay. Geht ihr mal Fahrradfahren üben? Bonnie wurde, glaube ich, befördert, ne? Gott sei Dank. Ich hoffe, dass sie jetzt bald... Okay, sie hat theoretisch ein neues Karriere-Outfit. Aber die Maske ist immer noch da. Ich weiß, man kann das auch wechseln über den MC Command Center. Das sollte ich vielleicht im nächsten Part mal machen. Wir speichern das Ganze jetzt auf jeden Fall mal. Und sind sehr happy, dass wir ein neues Familienmitglied haben. Und zwar ein Pferd. Ich hoffe, dass ihr natürlich happy seid mit der Idee, dass wir jetzt ein Pferd bei uns aufgenommen haben. Dass euch das gefällt. Dass ihr glücklich seid mit Krümel. Ich finde es halt ganz cool. Weil jetzt können wir mit Felix auch sein Hobby nachgehen. Er kann jetzt reiten lernen und so. Und es wäre einfach schöner. Also es wäre unpraktisch gewesen, wenn wir dafür immer auf den Reithof hätten gehen müssen. Deswegen finde ich es jetzt doch ganz schön. Wir werden im nächsten Part einen kleinen Stall bauen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass unser Pferd ein schönes Zuhause hat. Und dann, ja, gucken wir mal, was wir alles machen können. Und ob wir da ein bisschen seine Fähigkeiten leveln können. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr auf eure Kommentare. Schreibt mir fleißig, wie immer, eure Ideen rein. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen. Und Tschüssli. Bye.